Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zwischendurch und heute mal was ganz anderes. Ich habe mir auf Amazon so Avengers Hero Attacks Karten bestellt. Die waren relativ günstig und jetzt habe ich ein ganzes Display davon und das wollte ich heute einfach mal zusammen mit euch öffnen. Und zwar folgendermaßen, das war das falsche, hier. Hier ist das ganze Display, das sind 24 Packs und 12 davon wollte ich heute aufmachen und die anderen 12 in einem anderen Video. Diese Qualität ist nicht die beste, die ich jetzt hier habe, aber ich hoffe ihr verzeiht es. Weil es zum ersten Mal ist, dass ich so ein Video mache. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Da ich absoluter Pro bin in solchen Öffnungen-Dingern, weiß ich natürlich nicht, wie man das hier richtig aufstellt, dass es cool aussieht. Ich blick da nicht durch. Irgendwie muss man das so umklappen und dann muss das da irgendwie rein und das würde dann da stehen und vielleicht so. Habe es geschafft. Hier sind die Displays und ich würde sagen, wir holen erstmal einen Stapel raus. Das hat wieder absolut gut funktioniert. Wir schauen jetzt mal, wie viele wir hier machen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Fast perfekt. So, eins kommt wieder zurück. Und jetzt mal, ich weiß gar nicht, was da so alles drin ist. Ich habe keine Packlist oder so, was man so alles ziehen kann. Ich weiß auf jeden Fall, es gibt hier Holo-Karten. Dann gibt es Karten aus der Avengers, hier Assemble-Serie. Und es gibt Movie-Karten. Heißt so Karten aus Filmen, die dann halt so Filmscreenshots sind. Und davon, das ist das Ziel, davon möchte ich einige ziehen. Und vielleicht auch die ein oder andere Holo. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir starten jetzt einfach mal rein. Und öffnen das erste Pack. Ich liebe es, solche Booster zu öffnen. Das war es, Kindheitserinnerung. Und ich wollte schon immer mal so ein Video machen. Wir haben hier Radioactive Man. Sieht unspektakulär aus. Dann haben wir Groom. Also nicht wundern, es gibt hier auch jede Menge Charaktere, die ich so nicht kenne. Erst ein Stern erscheint nicht sonderlich relevant zu sein. Dann haben wir Trackshot. Der ist doch schon etwas cooler. Ich weiß nicht, warum die alle verkehrt rum hier sind. Princess Python. Okay. Die ist komplett andersrum. Keine Ahnung, ob das eine krasse Karte ist. Die drehen wir als letztes um. Abomination mit 5 Sternen. Ist das schon mal... Das ist eine bessere Karte. Komm, die tun wir mal hier hin. Oh, die Black Order. Das ist natürlich auch geil. Hat zwar nur 3 Sterne. Ich muss jetzt gucken, dass ich ihn bis weiter unten mache. Hier so. Hat zwar nur 3 Sterne. Aber so Black Order ist eine coole Karte. Wir sortieren das hier mal so ein bisschen. Hier kommen so die stärkeren Karten hin. Und hier kommen die cooleren Karten hin. Und das ist mal Raya Hill. Die will sowieso niemand. Und jetzt drehen wir diese komische, verleckte Karte mal um. Oh, Abomination in Holo. Lul. Ich habe in einem Pack Abomination und Abomination in Holo gehabt. Läuft bei mir. Der hat gar keine Werte. Irgendwie kann man ja auch da gegeneinander spielen mit den Werten. Aber das kenne ich nicht genau. Und der hat einfach gar keine Werte. Läuft bei ihm. Na ja, komm, wir machen wir. Starke, coole und Holo-Karten. Und das sind die unnötigen. Die braucht sowieso keiner. Aha, okay. Das ist so eine Karte, wo man mehrere von braucht, um die zusammenzulegen. Ist unnötig, finde ich jetzt nicht so geil. The Shark. Tiger Shark ist es. Piledriver. Habe ich schon mal gehört, aber auch nur nicht. Oh, zwei Rückwärts sogar. Drei Rückwärts, was denn da los? Noch mehr Teile hier. Scheint mehrere. Oh, die passen direkt zusammen. Eigentlich finde ich irgendwie jetzt nicht so spektakulär. Und diese drei umgedrehten sind nochmal Abomination Holo. Aber in so einem Kampf Holo. Okay. Warum nicht? LOL. Iron Man 100, 100. Mit 5 Sternen. Alter, zweites Pack. Und das ist wahrscheinlich einer der besten Charaten, die es hier drin gibt. Ich glaube, die gibt es auch als Captain America und als Thor. Und die fände ich natürlich richtig geil, wenn wir die noch ziehen würden. Aber Iron Man 5 Sterne 100, 100 ist ja schon absolut geil. Und Blackwood, oder ist eine Moviekarte? Geil. Moviekarten sehen cool aus mit diesen Filmscreenshots. Wegen dem MCU. Wir sind ja wegen dem MCU hier. Deshalb brauchen wir natürlich auch Filmkarten. Ist ja ganz klar. Drittes Pack erst. Ich glaube, es ist auch sinnvoll, dass ich das in zwei Teile mache. Frost Giant. Sehr, sehr spektakuläre Karte. Kappa. Arc Reaktor Iron Man. Plus 5 auf den Angriff oder eine Verteidigung. Zack. Oder so. Wieder eine verdeckte Karte. Die machen wir wieder als letztes. Arsenal. Das Zepter von Loki. Das ist auch mega cool. Das finde ich auch echt stylisch. Whiplash. Und Justin Hammer. Und spektakulär. Und was haben wir hier noch? Atoma in Holo, mit dem man nicht kämpfen kann. Sieht aber extrem cool aus. Ist eine sehr, sehr coole Karte. Machen wir weiter, machen das schöne Pack-Up. Ich liebe es, solche Booster zu öffnen, ne? Oh, ist so schön, dass ich die in so günstig gefunden hab. Weil das macht echt Fun, solche Dinger zu öffnen. Wenn ihr das öfter mal sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Aber es wird halt etwas schwieriger, weil normalerweise sind die etwas teurer. Und die hier, die waren jetzt, äh, glaube ich, 10 Euro das ganze Display, ne? Das ganze Display hat irgendwie so 10, 13, ich weiß nicht, irgendwas zwischen 8 und 13 Euro gekostet. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Falcon. Nicht als Movie-Moment. Captain America. Ja, Mann. Auch wenn der echt schlechte Wert hat für eine 5-Sterne-Karte. Also die normale Karte scheint sehr useless zu sein. Wir haben wieder zwei rückwärts. Ein Villain und Avengers Age of Ultion. Das ist eine Movie-Karte. Scheint eine relativ gute Movie-Karte zu sein. Keine Ahnung, wer das ist. Er scheint auf jeden Fall nicht sonderlich stark zu sein. Ringmaster. Auch noch nicht gehört. Ich sollte öfter die Serie gucken. Dracula. Und Heimdall. Zwei Sterne läuft bei Heimdall. Der scheint ja richtig stark zu sein. So, und jetzt die Age of Ultion-Karte machen wir als letztes. Und holen uns erstmal die 4-Sterne-Villain-Karte. Atoma in Holo, aber in einem anderen Holo. Auch in diesem Kampf-Holo. Also womit man auch kämpfen kann. Das andere sind, glaube ich, nur Sammelkarten. Und jetzt, wenn das jetzt noch Holo, ein Movie-Moment-Holo ist aus Age of Ultion, das wäre natürlich geil. Und schon wieder Black Widow. Die ein bisschen besser ist als ihre andere Karte, die auch irgendwie aus Age of Ultion ist. Muss ich das verstehen? Ich glaube nicht. Ich glaube es wirklich nicht. Was haben wir denn hier? Winter Soldier. Auch sehr, sehr geil. Ich glaube, wir machen nachher nochmal alles zusammen. Und ich hole die besten Karten da raus und zeige die nochmal. The Hood. Und spektakulär. Major Stan. Lol. Das ist eine Stan Lee-Karte. Ist zwar mit einem Stern absolut schlecht, aber eine relativ coole Karte, ne? Weil Stan Lee halt. Major Stan. Geil. Und zwei Villain-Karten, die verdeckt sind. Baron Simo. Lady Zatra. Und... Kang. Ey, der ist ja absolut schlecht. Eigentlich ist Kang gar nicht so schlecht. Aber einfach mal nur zwei Sterne. Er läuft bei ihm. So, das hier ist eine komplett Holo-Karte wahrscheinlich, weil da keine Sterne sind. Modok! Wer erinnert sich noch aus die guten alten, äh, ja... Livestreams, wo wir uns über Modok lustig gemacht haben? Über unser altes Kanal-Maskottchen Modok. Geil. Der bekommt einen Ehrenplatz, Modok. Auf jeden Fall. Und hier haben wir noch Chitauri. Fünf Sterne Villain auch. Ultra krasse Karte. Guck dir die mal an. Die sieht richtig geil aus. Ultra geil. So, machen wir mal weiter. Ich feiere das richtig, richtig hart. Dieses Format. Ich wünschte, ich könnte es öfter machen. Aber es gibt halt nicht so viele günstige Booster davon. Wrecker. Lul. Bruto the Strongman. Sieht aus, als kommt der aus dem Zirkus. Irgendwo bei, äh... Ballhawker wahrscheinlich. Torgo. Warum sind die alle so verkehrt rum? Aber das ist, das ist cool, wenn die so verkehrt rum sind. Das macht die Spannung deutlich höher. Wieder zwei verdeckte Karten. Ja, hier so eine Tech-Karte, keine Ahnung. Und ein Blaster von den Chitauri. Auch das Artwork finde ich sehr, sehr geil. So, jetzt haben wir eine Age of Ultron Movie-Karte wieder. Und eine Villain-Karte verkehrt rum. Wir drehen erstmal die Villain-Karte um. Nighthawk. Wow, auch ultra sickes Design. Ultrasick. Ich feiere Nighthawk sowieso schon. Und das Design ist mega geil. Jetzt Movie-Moment-Karte. Bitte nicht Black Widow. Really? Gibt es auch andere Movie-Moments außer Black Widow? Wir haben jetzt einfach schon drei Movie-Moments Black Widow aus Age of Ultron. Lol. Läuft bei uns. Alles klar. Ich möchte Movie-Moment-Karten von Captain America oder sowas haben. So eine Chris-Evans-Karte oder, keine Ahnung, Star-Lord. Ich weiß ja nicht, was für Movie-Moment-Karten es ja alle so gibt. Wir haben hier Rock-Troll. Das sieht ja absolut witzig aus. Thor! The God of Fender. Auch mit fünf Sternen, genau wie Captain America. Aber ohne dieses Holo ist der nicht sonderlich stark. Winter Guard. Und spektakulär. Nighthawk als normale Karte. Warum nicht alle immer verschieden rum sind, weiß ich auch nicht. Oh, das ist wieder eine krasse Holo. Eine Hero Holo sogar diesmal. Wir haben Mindless One. Wir haben Jarvis. Grüße gehen raus an Max. Du weißt Bescheid. Jarvis. Und Mangog. Sieht relativ cool aus, aber unspektakulär. Und das hier ist dann unsere Rare-Karte. Und das ist nochmal Iron Man in diesem Kampf-Holo. Äh, in diesem Nicht-Kampf-Holo, sondern in diesem Sammel-Holo. Geil! Das kann es aber auch ruhig mal von Captain America geben. So werden es noch fünf Stück übrig. Bis jetzt ist die Ausbeute gar nicht so schlecht. Wobei ich mehr Movie-Moment-Karten mir gewünscht hätte. Super Adaptoid. Sehe ich doch hier direkt schon. Speed Demon. Relativ cooles Kostüm, aber irgendwie. Naja, Hydra. Fünf Sterne Villain. Und wieder eine Hero-Karte. In komplett-Holo. In diesem Sammel-Holo. Dann haben wir Village Elder. Thunderball. Den gab es auch in einem anderen Kartenspiel. Und Iron Man auch fünf Sterne. Das heißt, wir haben die Dreifaltigkeit. In den normalen Karten schon mal zusammen. Das ist schon mal sehr cool. Ich glaube, wir drehen schon mal die Villain-Karte um. Die fünf Sterne-Holo-Villain-Karte. Und da haben wir Super Adaptoid. Gute Verteidigungswerte, aber Angriff. Naja, und das Artwork finde ich jetzt auch nicht so spektakulär. Und in dem Sammler-Hero haben wir... Yes! Captain America, Junge! Das sieht ultra sick aus. Das feiere ich ja mal ultra krass, diese Karte. Bekommt neben Modok auch einen Ehrenplatz. So. Okay. Iron Patriot. Das stelle ich mir nicht unter Iron Patriot vor. Und ihr wahrscheinlich auch nicht. Hulk. Vier Sterne. Läuft. Der kommt noch nicht zu den Kuhl-Karten. Vampire Warrior. Age of Ultron Movie Moment mit fünf Sternen. Das könnte diesmal nicht Black Widow sein. Weil Black Widow hatte mal vier Sterne. Dann haben wir noch vier Sterne Wind. Oh, und vier Sterne Hero auch noch. Red Skull, der irgendwie sehr, sehr komisch aussieht. Whirlwind. Auch absolut komischer Schock. Was man hier alles für Leute kennenlernt. So, erstmal den vier Sterne-Villain. Das ist Modok. Läuft bei uns. Modok, absolut witzig. Vier... Ne, fünf Sterne-Hero in Holo. Hulk. Mit relativ, ja, stabilen Werten. Kommt auf jeden Fall auf den Holostapel. Ja, Artwork finde ich jetzt nicht so atemberaubend. Aber das geht ganz fit. Und jetzt eine Movie Moment Karte. Mit fünf Sternen aus Age of Ultron. Komm schon. Komm schon. Wenn er jetzt wieder Bergwürder ist, ne? Okay. Boah, Hulk gegen den Hulk, Basta. Junge, was ist das für eine sickle Karte? Man muss ihn mal ein bisschen heranholen, auch wenn das nicht scharf genug ist. Trotzdem ist diese Karte richtig geil vom Artwork her. Junge. Die ist richtig geil. Kommt auch auf den coolen Stapel. Warum habe ich hier Abomination eigentlich? Ah, das sollte der starke Stapel sein. Das ist weg mit Abomination. Abomination, weg mit ihm. Alter, hier wird man verfolgt von Abomination. Hawkeye, auch ne... Oh, das Artwork von Hawkeye sieht geil aus. Da sieht's hier aus. Das kommt auf den coolen Stapel. Iron Skull. Und Stone Savage Brock. Oh, wir haben hier wieder ne... Sammler-Holo-Karte. A-Bomb. Thanos, Junge. Und Thanos ist einfach mal so fucking schlecht als normale Karte. Den lege ich jetzt mal raus. Wir haben hier noch Whiplash. Die Waffe von Whiplash. Oder die Whips von Whiplash. Und wir vergleichen jetzt einfach mal Thanos. Thanos hat einen Defensivwert von 83. Das heißt, Iron Man würde ihn schlagen. Toa würde ihn normal schlagen. Erst denke ich jetzt nicht. Captain America und seine Black Order natürlich auch nicht. Aber die Black Order auch nicht so viel schlechter als Thanos. Und jetzt hier... Sammler-Holo-Karte von Black Widow. Langsam werden die Avengers vollständig auch sehr cooles Artwork. Zwei Stück haben wir noch in dieser Folge. Und ich hoffe, ein Movie Moment spricht auch darum. Einen richtig schönen Movie Moment von Captain America. Wird auch geil. Dr. Spectrum. Ach du Scheiße. Fing Fang Foon, Junge. Richtig geile Karte. Voll Stark. Auch von mir liebevoll MC Fitty genannt. Fünf Sterne Avengers Age of Ultron-Karte. Vier Sterne Hero-Karte. Müssen wir auch mal weglegen. Nuke. Nuke. Der Mandarin. Sein Zehnring. Wer kennt die nicht? Und nochmal eine Hulk-Karte, die auch nicht sonderlich stark ist. Und jetzt erstmal die Vier-Sterne-Hero-Karte in Holo. Das ist Ant-Man. Oh, dieses Artwork ist ja cool. Auch wenn er absolut schlecht ist, finde ich das Artwork richtig geil. Sehr geil. Und jetzt die Fünf-Sterne Age of Ultron Movie Moment. Ne, komm, die nehmen wir als letztes. Den nehmen wir ganz am Schluss gleich. Weil ich mit einem Movie Moment Schluss machen will. Da will ich gleich noch ein richtig cooles Ding haben. Lass mir hier diese Sammlerkacke weg. Atlantan Royal Guard. Habe ich noch nie was von gehört. War Machine. Absolut komisches Artwork, dieser Helm. Liebevoll gezeichnet. Nicht. Devil Dinosaur. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Wir haben jetzt hier noch Fünf-Sterne-Hero- und eine Villain-Sammler-Karte. Da hatten wir eben Modok. Wollte ich mir mal dran erinnern. Crossbones. Und Fists von Hulk. Die sind wirklich mächtig. Das glaube ich doch gerne. Villain machen wir zuerst. Die Villain-Sammler-Karte machen wir zuerst. Loki. Oh, heftige Karte, Junge. Das Artwork ist ja mal ultra sick. Damit kann man zwar nicht kämpfen, aber die sieht ja richtig, richtig geil aus. Boah. Movie Moment Age of Ultron. Da bin ich auch gleich gespannt drauf. Aber erstmal noch die Fünf-Sterne-Hero-Karte zum Kämpfen. Das ist Captain America, Junge. Aber Iron Man hat einfach in dieser Fünf-Sterne, ich glaube, das ist die ultimative Karte, die du hier kriegen kannst. Der hat halt einfach mal 100, 100. Das ist die perfekte Karte, die du hier hast. Und dann hast du hier Captain America, der Okay ist, sagen wir es so. Und jetzt die letzte Karte, eine Fünf-Sterne Age of Ultron, Movie Moment Karte und Captain America würde ich jetzt noch feiern. Und nicht Black Widow, bitte. Und nicht Black Widow, bitte. Hulk, absolut uninteressant. Also ich habe mir was Cooleres vorgestellt als Hulk. In der Movie Moment Variante ist keine schlechte Karte auf jeden Fall. Kommt auch zu den Movie Moments. Aber, naja. Gut. Ich habe, glaube ich, den Hulk gegen Hulk Buster Movie Moment nicht rausgeholt. Das hier sind die coolen Karten. Die gehen wir nochmal schnell durch. Mit Thanos. Mit Stan Lee. Mit Captain America Thor. Iron Man. Hulk gegen Hulk Buster. Der muss eigentlich hier noch hin als Movie Moment. Hawkeye. Und die Black Order. Hier dann haben wir als Holo mit Captain America. Iron Man Kampfholo, richtig geil. Sammler-Holo, Loki. Ant-Man als Kampfholo. Wobei er nicht ganz so geil ist wie der Iron Man. Und das scheint auch der ganz krasse Captain America zu sein. Weil er auch einen kompletten Holo-Rand hat. Hier ist nur das Artwork in Holo. Dann Black Widow als Sammler-Holo. Hulk als Kampfholo. Modok als Kampfholo. Captain America als richtig geile Sammler-Holo. Superdop-Tidius, Ultra-Lame. Iron Man. Nighthawk. Chitauri. Modok Junge. Atuma. Atuma. Abomination. Abomination. Alles in allem kann man sich für die erste Folge nicht beschweren. Und man muss bedenken, dass ich gar nicht mal so viel ausgegeben habe für so viele Karten. Also damit kann man schon gut rumspielen. Und vielleicht gibt es dazu auch mal ein Spielvideo. Das überlege ich mir noch. Und jetzt vielen Dank fürs Zusehen. Vergesst nicht, das Like mal einfach da zu lassen für so eine coole Folge. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich sage Ciao und bis denn. Ich sage Ciao. Ich sage Ciao. Ich sage Ciao. Ich sage Ciao.